Liebes House of One, was für ein Tag, was für eine Gelegenheit zum Feiern für uns alle. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr eurem Namen House of One immer gerecht werdet, dass das Haus und der Name immer größer werden, die Einheit immer stärkere und weitere Kreise zieht. Ich wünsche euch, dass ihr diese Freude und diese große Idee immer weiter entwickelt und dass ihr auch von dem Segen, den ihr dadurch anderen schenkt, eine große Portion selber abbekommt. Ganz herzliche Grüße von den christlich-wissenschaftlichen Gemeinden in Berlin. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr mit. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.